Begrüßung aus der Distanz, kein Handschlag zwischen Trump und Biden, das war Corona geschuldet. Es hätte aber auch ein Zeichen der gegenseitigen tiefen Abneigung sein können. Erstes Thema, die Neubesetzung des Richterposten am Supreme Court mit der erzkonservativen Amy Coney Barrett. Beim nächsten Thema wurde es emotional. Corona und die vielen Toten in den USA. Trump habe versagt, so beiden. Trump habe die Gefahr, die von Corona ausgeht, gekannt und er habe trotzdem nichts unternommen. Spätestens da begann die Schlammschlacht. Immer wieder versuchte Trump, Biden das Wort abzuschneiden. Der bot dem Präsidenten Parole und halte ebenfalls kräftig aus. Moderator Chris Wallace hatte oft Mühe, die beiden im Zaum zu halten. Hochher ging es auch beim Thema Steuern. Biden hatte vor der Debatte erklärt, 300.000 Dollar Steuern gezahlt zu haben. Bei Trump sollen es 2016 und 2017 gerade mal je 750 Dollar gewesen sein. Er habe Millionen gezahlt, behauptet Trump. Zeigt den Steuerbescheid, ruft Biden. Nach 90 Minuten, sechs Themenkomplexen und vielen Beschimpfungen war alles vorbei. Zweimal werden die beiden noch aufeinandertreffen. Wem dieser Schlagabtausch geholfen hat, wird sich spätestens am 3. November zeigen. scrap 25.000 Dollar steuern. Werden die Schlamms, wird sich in den Schlagabtausch geholfen. Werden die Schlamms, wird sich an 1. April zeigen. Und in den Schlagabtausch geholfen hat. Nachdem hat es auch ein ganzes Schlagabtu. Schlammagen ist in 1. November gegen die Schlammage geholfen. Untertitelung des ZDF, 2020